so weiter geht's mit bus simulator dann fahren wir den hier so mit welchem auto fahren wir denn ich bin zufrieden wir bleiben unserem buschen ein bisschen treu nach einer nacht heute weil ich lebe 12 dann haben wir nicht unseren unseren ich weiß gar nicht ob wir die fahren müssen oder ob wir die nicht einfach anlegen müssen die fahren sagen wir mal 1 standard und 1 bitte nicht So, fahr mal hier mal ran. Jetzt kann ich geguckt, wie viel Haltstelle ich jetzt habe. Du brauchst eine Fahrkette. Jetzt bist du eigentlich spät, jetzt küsst du nicht mehr. Jetzt kannst du es klicken. So. So. So, ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht noch irgendwie einen haben. So. So. Ich sag's noch gerade und ich nehme genau das Nächste mit. Ja, fahr vorbei, komm. Fischgrund. Fischgrund. Ja, da vorne ist ja nicht unser Kollege. Ja, 13. Wie mir geht die Arbeitswoche jetzt. Eine Fahrkarte, bitte. Ah, eine Fahrkarte, bitte. Oh, hoffentlich kommt bald meine Haltestelle. Ich müsste mal wohin. Danke. Ich brauch eine Fahrkarte. Einzel, Student und einfach. Danke. So, Flusspromenade. Wir fahren hier mal zwischendurch ein paar Strecken ab. Monsi hat gestern einen Fisch gefangen. Was? Aber Katzen haben doch Angst vor Wasser. Ach, sie ist kaum nass geworden. Sie lag oben auf dem Aquarium. Scheiße, rote Ampeln. Danke. So. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte für die junge Dame. Oh, passend. So, allerdings hatte ich ja das Wegewerk. Alter, altes Wegewerk. Bitte was? Die ist 70, das ist cool. Jetzt kann ich ein bisschen Gas geben. So. Das war so ein schöner Tag im Stimmbad. So, halte mal einsteigen. Ich brauche mehrere. Super. Dann machen wir das jetzt. Du willst jetzt... Ich muss jetzt irgendwo mal kurz gucken. Wo ist der Fahrgast? Hier. Hier ist die Fahrkarte. Ich dachte ich... So, Entschuldigung, dass ich dich jetzt habe stehen lassen. So, Einzelstandard 2. 5,60. Danke. So. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja. Eine Woche. Stammart. 12. So, noch irgendwas? Heute bin ich schon für der nächste Bus, ne? Ja, kann ich mal jetzt nichts führen. Upsi. Okay, Schlaglöcher. Soll ich mal die Straße machen? Okay. Und Kaffer. Eine Fahrkarte. Mhm. Woche, Standard, eine. Oakville Zentrum. Oh, was ist das denn jetzt? Ach, schau, ich hab doch wieder so einen Blumenkümmel, da hab ich... Oh, ey. Zack. Ey, ich bin nur noch pünktlich. Eine Fahrkarte, bitte. Hm. Tja, das ist nicht mein Problem, steht hier alles dran. Ich fahr hier nur. So, nächster Stelle Lärchenstraße. Nächster Halt, Siegwald, Lärchenstraße. Wir sind runter vom Gas, das ist wieder ein Blitzer. Nächster Halt, Siegwald, Lärchenstraße. Ja, komm. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja. Winter der Leidenschaft ist auch nach 5.000 Folgen noch echt so spannend. Alter, 5.000 Folgen von so einer Serie? Ich glaub, es gibt gar keine Serie, die so viele Folgen hat, überhaupt. Ich glaub, es ist eine große事e, die so viel zufrieden ist. Lärchenstraße. 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 Ich musste gestern arbeiten. Jetzt habe ich das Gefühl, dass wir mit zwei Busen auf derselben Tour fahren. Na komm. Dann kriege ich das sogar hin mit zwei Busen hintereinander. Können wir gleich beide abfertigen. Dann stehst du jetzt ein, stehst du nicht ein? Dann ist das so. Geht weiter. Geht weiter. So. Ah, ein falscher Lock. So. 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 Gehen wir uns wieder hin mit zwei. So. 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 . So. . So. 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 So.